Hallo und herzlich willkommen bei Hamburgs Beste, dem Magazin der Universität Hamburg. In der heutigen Sendung besuchen wir die Bundesexzellenz-Cluster unserer Universität. Seien Sie dabei, wenn wir herausragenden Forscherinnen und Forschern über die Schulter blicken. Naturidylle inmitten der Stadt. Nicht nur die Pferde wissen die Futterwiese des Tierparks Hagenbeck in Stellingen zu schätzen. Wissenschaftler der Universität Hamburg haben hier auch einen guten Standort für ihre Forschung zum Stadtklima gefunden. Die Messstation ist eine von insgesamt 18 Stück, die verteilt über das Stadtgebiet jede Menge Klimadaten erfassen und speichern. Hier wird alles Mögliche gemessen, was mit der Atmosphäre und dem Boden zu tun hat. Also zum einen Lufttemperatur und Luftfeuchte über diesen Sensor. Wir haben eine Niederschlagswippe. Wir haben Windsensoren, um Windgeschwindigkeit und Windrichtung zu messen. Oberflächentemperatur mit diesem Infrarotsensor. Solare Einstrahlung messen wir und das Ganze muss natürlich irgendwo gespeichert werden. Das sind große Daten, also einmal die Minute werden die Werte erfasst. Und dann werden sie in diesem Datenlogger hier gespeichert und an uns übertragen. Zusätzlich gibt es Sensoren in der Erde, die den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens in verschiedenen Tiefen messen. Dieser spielt eine wichtige Rolle für das Stadtklima, denn über feuchten Böden kühlt sich die Luft durch Verdunstung ab. Wir wissen ja schon aus bisheriger Forschung und auch, das erleben wir ja, dass Grünflächen häufig ein angenehmes Mikroklima verursachen. Aber es ist eben nicht so, dass jede Grünfläche das gleich machen kann. Und das ist die Forschungsfrage, das zu untersuchen, inwieweit eben unterschiedliche Wasserverfügbarkeit im Boden diese Abkühlungsfunktion beeinflusst. Um diesem Zusammenhang auf die Spur zu kommen, arbeiten Geowissenschaftler und Meteorologen gemeinsam an dem Projekt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht eine sehr praktisch orientierte Grundlagenforschung, deren Ergebnisse von großer Bedeutung für die zukünftige Stadtplanung sein können. Wir haben zum Beispiel auch Mittel von der Leitstelle Klimaschutz erhalten für diese Forschung, weil ein Interesse der Stadt besteht, eben im Rahmen der Stadtplanung diese Abkühlungsfunktionen der Böden noch besser zu nutzen. Und da steckt auch die Frage dahinter, welche Böden sind eben besonders schützenswürdig in einer Stadt. Das Projekt zur Stadtklimaforschung ist Teil eines umfassenden Forschungsnetzwerkes namens CLISEB, das sich mit dem Thema Klima und den Folgen des Klimawandels auseinandersetzt. Dazu zählt beispielsweise auch die für Hamburg besonders wichtige Sturmflutforschung. Hier kann man zeigen, dass seit 1962 tatsächlich auch die Höhe der Sturmfluten, beispielsweise im Vergleich zu Cuxhaven, deutlich angestiegen ist. Die Frage ist jetzt, hängt das mit diesem globalen Klimawandel zusammen oder mit anderen Faktoren? Man kann sehr schön zeigen, dass hier auch die baulichen Maßnahmen entlang des Flusses eine ganz große Rolle spielen, bei diesem Anstieg der Sturmfluthöhe. Auch das Steigen der Meeresspiegel oder die Zunahme von Starkregenfällen wird in Hamburg von Meteorologen und Meereskundlern erforscht. Andere Disziplinen wie Sozial- und Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich mit den städtebaulichen und gesellschaftlichen Konsequenzen des Klimawandels. Die Gesamtheit der Forschungsprojekte zum Thema wird als Exzellenzcluster bezeichnet. Wir verstehen uns eigentlich so als eine Art Wissensbroker, die versuchen zu zeigen, welche unterschiedlichen Auswirkungen der Klimawandel haben kann und welche verschiedenen Handlungsoptionen daraus abgeleitet werden können. Also es gibt nicht die eine richtige Lösung für den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Wir versuchen das gemeinsam mit unseren Praxispartnern zu erforschen. Kennzeichnend für die Forschung im Exzellenzcluster ist dabei immer der fachübergreifende Ansatz, um die komplexen Fragestellungen rund um das Thema Klima beantworten zu können. Neben dem Kleisab gibt es an der Universität Hamburg noch ein anderes Exzellenzcluster, das Hamburg Center for Ultra-First Imaging. Wir zeigen Ihnen jetzt, was es dort für spannende Forschungsprojekte gibt. Proteine sind die Bausteine des Lebens. Es sind winzige Maschinen, die alle biochemischen Abläufe in unserem Körper steuern. Herauszufinden, wie diese Maschinen arbeiten, ist der Schlüssel zum Verständnis allen Lebens auf der Erde. Proteine sind aber klein, sehr klein. Um ihre Struktur erforschen zu können, muss man sie deshalb zunächst sichtbar machen. Der erste Schritt wäre, zu untersuchen, wie die Proteine direkt aussehen. Und dazu verwenden wir eine Methode der Proteinkristallisation. Dazu bringt man im Prinzip die Proteine dazu, eine geordnete Struktur, einen sogenannten Kristall. Das ist ähnlich wie ein Salzkristall, so eine Struktur auszubilden. Diesen Kristall kann man dann mit Röntgenstrahlen, wie sie hier in Hamburg am Desi-Campus in großer Stärke vorhanden sind, letztendlich beschießen die Kristalle und dadurch kann man die Struktur aufklären. Beim Beschuss der Proteinkristalle mit hochenergetischer Röntgenstrahlung entsteht ein Streuungsbild, durch das am Rechner die Struktur des Proteins rekonstruiert werden kann. So lässt sich ein dreidimensionales Modell erstellen, das aber noch nichts über die Funktionsweise des Proteins aussagt. Ein Protein ist ja eigentlich nichts anderes als eine molekulare Maschine. Wenn man wissen, wie eine Maschine funktioniert, dann bringt einem einzelnes Bild nichts. Man nimmt da immer als Analogie den Automotor. Ich verstehe auch nicht, wie ein Automotor funktioniert, wenn ich ein einzelnes Bild habe. Ich muss verschiedene Bilder haben, wo ich sehe, wie die Kolben und die Zylinder sich bewegen und so weiter. Proteine verändern sich in Sekundenbruchteilen. Um das sichtbar zu machen, müssen tausende Bilder pro Sekunde erstellt werden, die dann als Film verlangsamt abgespielt zeigen können, wie genau sich die Struktur verändert. Proteine in Bewegung zu erforschen, wird nur durch einen interdisziplinären wissenschaftlichen Zusammenschluss möglich. Wir arbeiten wirklich auf diesem Schnittpunkt zwischen Physik, Chemie und Biologie. Wir brauchen die physikalischen Methoden, um unsere biologischen Systeme anzuschauen. Und wir brauchen dann die Chemie, um zu verstehen, wie das alles zusammenpasst. Wissenschaftler dieser Disziplinen arbeiten in Hamburg in einem Exzellenzcluster namens CUI zusammen, dem Center for Ultrafast Imaging. Ihre Forschungsergebnisse können langfristig zum Beispiel helfen, wesentlich effektivere Medikamente ohne Nebenwirkungen zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob Sie als Kind mitgespielt haben mit dieser Spielzeug. Man hat so Loche mit verschiedenen Formen und man hat dann Blocken und man muss die richtige Block in das richtige Loch reintun. Und genau so geht es bei uns. Wenn wir wissen, wie die Moleküle aussieht, dann wissen wir die Form von dem Loch, wo ein Medikament reinpassen muss. Und dann können wir ein passendes Medikament entwürfen und synthesieren, dass dann genau dieser Molekül zusammenpasst. Bei der Forschung im CUI geht es um die Echtzeitbeobachtung chemischer und physikalischer Prozesse auf atomarer Ebene. Lyrisch ausgedrückt also um die Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir sind heute hier auf dem entstehenden Geocampus und bei mir sind Herr Sengstock, Sprecher des CUI, Frau Engels, Sprecherin des CLEISAP und Herr Lenzen, Präsident der Universität. Herr Lenzen, was genau sind denn eigentlich Exzellenzcluster? Exzellenzcluster sind Verbindungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die dem Zweck dienen, wissenschaftliche Fragestellungen in einer großen Umgebung, sowohl personell als auch, wie wir ja auch sehen, in einer zukunftsgerichteten Institution voranzutreiben, um große Fragen der Zukunft lösen zu können. Frau Engels, das CLEISAP war das erste Exzellenzcluster der Uni Hamburg. Was zeichnet denn den Standort Hamburg für die Klimaforschung aus? Wir haben in Hamburg wirklich eine einzigartige Konstellation in der Klimaforschung. Wir haben eine ganz lang etablierte Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem Max-Planck-Institut für Meteorologie, dem Deutschen Klimarechenzentrum und dem Institut für Küstenforschung in Gestacht. Und wir haben die Exzellenzinitiative jetzt genutzt, um das auszuweiten, innerhalb der Universität neue Fächer hinzuzunehmen. Und CLEISAP hat auch wesentlich dazu beigetragen, in Hamburg den Klimacampus Hamburg zu etablieren. Was sind denn die Herausforderungen, wenn viele verschiedene Fachbereiche eng zusammenarbeiten? Ja, wir decken ja wirklich das ganze Spektrum ab, von der modellierenden Physik bis hin zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Und da müssen sie erstmal eine gemeinsame Sprache finden und lernen, sich gemeinsam gegenseitig zu respektieren. Und an der Universität ist es dann sehr wichtig, dass man über diese Fächergrenzen hinweg wirklich ein Zuhause schafft, was darauf ausgerichtet ist, ganz systematisch diese Integration und den Austausch sicherzustellen. Wir haben das Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit gegründet und denken, dass das jetzt ein gutes Zuhause dafür ist. Herr Sengstock, auch im KUI sind ja viele verschiedene Bereiche zusammengeschlossen, vor allem auch externe Institute. Worin bestehen denn hier die besonderen Herausforderungen bei der Zusammenarbeit? Ja, bei uns im KUI sind über 50 Forschungsgruppen und insgesamt über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit sehr, sehr unterschiedlicher Expertise, die zusammenkommen. Dementsprechend müssen auch wir eine gemeinsame Sprache finden, aber unsere Forscherinnen und Forscher kommen über die Projekte eigentlich sehr schnell zueinander. Insbesondere sind es gerade die jungen Leute, über die die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. Wir haben über 90 Promovierende im Cluster. Das bringt das Ganze inhaltlich zusammen. Und wir haben bei der Planung des Clusters natürlich besonders darauf geachtet, dass es thematisch sehr, sehr gut alles zusammenpasst. Welche Basis war denn am Forschungsstandort Hamburg für das Exzellenzcluster gegeben? Ja, in den letzten etwa 15 Jahren wurden sowohl dieser Bereich Laserphysik als auch der Bereich Nanostruktur, Physik und Chemie intensiv ausgebaut und gestärkt und gefördert. Und dadurch haben wir eine internationale Spitzenstellung inzwischen erreicht. Das geht nicht über Nacht, das muss man schon über viele Jahre aufbauen. Und wir haben im Vorfeld des Bundesexzellenzclusters bereits sehr viele Forschungsverbünde sehr erfolgreich gehabt. Dazu gehören die sogenannten Graduierten-Kollegs und auch ein sogenannter Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo bereits über 20 Gruppen erfolgreich zusammen agiert haben. Herr Lenzen, welche Bedeutung haben denn Exzellenzcluster für die Universität Hamburg? Die Exzellenzcluster signalisieren nach außen zunächst einmal, dass an dieser Universität hervorragende Forschung gemacht wird in verschiedenen Gebieten. Sie schaffen für die Wissenschaftler die Möglichkeit, mit zum Teil gut auskömmlichen Ressourcen Forschungen zu machen, die sonst nicht möglich wären, weil das Geld ja von außen kommt, auch vom Bund. Und sie schaffen eine weitere Möglichkeit, interdisziplinär zu arbeiten, über die Fächergrenzen hinweg. Denn inzwischen ist es so, dass mit einem rein spezialisierten Fach die Probleme der Zukunft kaum noch gelöst werden können. Frau Engels, Herr Senkstock, wie sieht denn die Zukunftsplanung für Ihre Exzellenzcluster aus? Ja, wir sind ja hier gestartet mit der Klimaforschung und Fragen nach dem Klimawandel. Klimawandel ist natürlich eingebettet in ganz viele andere naturräumliche Prozesse. Wir haben die Frage nach den sozialwissenschaftlichen Klimaforschungen ausgeweitet auf die Frage, was ist überhaupt gesellschaftliche nachhaltige Entwicklung. Und wir denken, im nächsten Wettbewerb werden wir die Gutachter davon überzeugen können, dass wir genau in diesem Bereich sehr gut aufgestellt sind. Und bei Ihnen, Herr Senkstock? Ja, natürlich denken auch wir bereits jetzt intensiv an die Zukunft. Wir sind ja vor zweieinhalb Jahren mit unserem Cluster, dementsprechend etwas jünger noch, als der Klimacluster hier gestartet an der Universität, gemeinsam mit unseren Partnern. Und wir möchten ebenfalls die Thematik erweitern, noch stärker gehen Physik, Chemie, Richtung Biologie, Richtung Medizin. Und dafür sind hervorragende Voraussetzungen hier in Hamburg geschaffen, gerade auf dem Forschungscampus in Barenfeld, gemeinsam mit den Partnern DESI, der Max-Planck-Gesellschaft und auch dem sogenannten CSSB. Ja, vielen Dank. Und mit diesem Einblick in die Exzellenzforschung der Universität Hamburg verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Top 2 Top 2 Top 3 Untertitelung des ZDF, 2020